Jo Leute und willkommen wieder zurück zu Spark Challenge Wie immer mit Flash Nein Ich bändel dieses Projekt jetzt hier Ja, dann tschüss, hau ab Tschüss Verschwinde doch Bis zum nächsten Mal Nein Nein, 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 hallo Das Projekt, das macht einfach nur Spaß, obwohl es nur Aufgabenlösende sind Findest du? Joa, ausnahmsweise Ach wir haben Wollen wir viel zu viel Scheiße labern, ne? Erstens das und wir haben einfach nur zu viel Spaß Ja, merk ich schon Besonders wenn ich mittendrin anfange zu singen Das Boot Das Boot Wir fahren Boot Wir fahren Boot Wir fahren Boot Ach, deine Lieblingsmelodie, deine Ohrwummelodie Ja, mich auch Ah ja, die ist so schön Du kannst nicht mal am Popo schmatzen So Popo schmatzen Nein, weißt du jetzt Ich hab jetzt gleich einen schönen Weg Von meinem Portal Zur Festung Naja, mach das Dann bräuchte ich da nur durchlaufen und mir geht kein Gast auf den Sack Oh 3000 ungefähr noch 3200 ungefähr, so Viel Spaß Gönne ich dir Aber wenn ich verrückt bin, dann kann ich ja nur was anderes machen Ja, wieder angeln oder was? Nö, Endermen schlachten oder so Anderen kann ich zum Schluss engeln machen Und ich hab schon wieder einen Gast Das ist ein Erden Das ist echt nervig Ich weiß Ach ja Und man kann ja so machen, dass man den Drachen ganz wirklich zum Schluss macht Dass man dann die Credits hat Ja, klar Aber ich glaube, das wird bei mir anders so laufen Ich glaube, da habe ich wie Katzen später als den Enderman Drachen besiegt Ah, guck mal, und da habe ich es auch schon Und du, Katzen? Naja Hast du was? Habe ich noch nicht Boah, wir sind immer so kerstig zum Mann, echt Ist nichts Neues Jo, aber das ist das ja, was Spaß bringt Nein Mein Gott, habe ich eben auch klar gehört an so'n Leck drin gehabt Leck, 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 leck Und noch ein kurzes Standbild, aber für eine Sekunde Und mit einmal zack Hast du denn geleckt Sahne? Oder? Nein Ich habe gleich Schnitzel Ich voller gleich noch schön Schnitzel Und wir haben es jetzt Zehn nach elf Abends Ist aber normal bei uns Ja Ich glaube, morgen alle Entweder am Mittag auf oder meistens um die Uhrzeit abends Oh, Pikman Ohne Witz, entweder haust du ab oder ich schlachte dich Schlachten Nein Nein Schlachten Weißt du, ich schlachte denn erst wenn ich hier meinen Gang fertig gemacht habe Mhm Da sollst du ein Schnappraum ganz ne? Nee, wenn der Gang zu ist, der geht ja direkt aufs Portal Oh, oder Alphab Das heißt, er kann Ist fast hingehauen Nee, nee, nee Kade Ist schlecht Alles gut Buh, schlecht sein Nee, nee, nee Ich kann es gut sein Auch wenn der Netter weg kaputt geht Hier geht es dunkel, aber Sonne ist grad beim Mittag Ey, Wasser Ah ja, das ist okay Lange fahren Lange fahren Lange fahren Lange fahren Lange fahren Lange fahren Haufen sie mal Oh, Pikman Hau doch einfach ab hier Weil dann komm ich mir nicht schneller vorwärts Ich hab kommen noch nie Aber das ist echt geil Ich seh, jetzt seh ich das auch erst, dass wenn du im Boot sitzt, was die Hungerleiste nicht dabei ist Okay, ich kann einfach so einen Pikman runter schubsen Aber ich glaub, die Hungerleiste geht trotzdem runter Ja, man sieht sie bloß nicht Ja Oh, ich fahr und ich fahr und ich fahr und ich fahr ganz schön schnell Ich halte, dass hier keine Speedanzeige mit dran ist Das ist ja geil Ja, ist klar Warum nicht Ja Warum Warum auch nicht Viele Minuten Du hast noch extra Wünsche, ne? Mhm Habe ich immer Ist aber nichts Neues Man kann einiges damit einfügen noch Eigentlich Ja, da hast du recht Zu viele Sachen Wie wir schon vor ein paar Folgen meinten Die Bags Ja Könnte man mal Einfach ganz normal Einführen Ja, man kann Esel nehmen, weil das ist blöd, wenn man über Wasser fährt oder so Ja, dann hast du die Esel nicht mehr, weil die nicht schwimmen können Ja Weil sie zum Schwimmen sind Ja Oder einfach ein Boot quäften Was halt ein Slot Also sozusagen eine Kiste bei sich hat oder sowas Naja Ja, aber wie gesagt Eigentlich Beste wäre schon so ein Bag machen Ahja, klar Bag wäre nicht schlecht Aber wie gesagt auch mit dem Boot wäre auch nicht so schlecht Weißt du einfach Ja Boot Kiste dann oder so Oder sich schon Oder du kannst dir so eine Pläne machen und dir so ein richtiges Schiff bauen sogar Ahja Ja Aber nicht so ein Riesenformat, sondern so ein kleines Format Wird ja auch nicht schlecht Nö, nö Kostet halt nur ein bisschen mehr Material Ja Oh Ich bin gestorben Oh Boah Ah 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 Flash-Shooter wurde von Gas zum Fallen verdammt Hey, ohne Witz Endlich mal Endlich bist du mal gestorben Hey, ohne Witz Wie oft bin ich jetzt gestorben? 2-3 Mal? Weiß ich nicht Oder nicht wirklich Oder nicht wirklich Weniger Zucker Ich glaube 2 Mal nur Ja, das Problem ist, ich gehe auch dann auf Risiko Aber irgendwie, wenn eine Feuerbälle schlägst, dann manchmal geht das nicht Hm Das ist halt so, ne? Naja, war ja nichts wichtiges bei, glaube ich Nö Oh Oder? Nö Stell dich nicht immer so an Der Ton hatte ich noch nicht ausgeräumt gehabt Naja, ist ja egal Ist egal Ist egal Ist egal Ist egal Also aus Dix Ich habe ja noch Eisen hier Hm 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 Eine Spitzhacke Ein Schwert Und Gutes Bobbaum Nein Nein, 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 kein Land Kein Land, kein Land Ich wollte das Boot fahren Fahre ich hier lang Hm Hm Jetzt habe ich natürlich kein Essen mit Ach nö, kein Land Pfff Leck mich Scheiß Land Bremsen So Gott sei Dank weiß ich, wo ich gestorben bin Das ist ja das Beste daran Ach Ja, bestimmt mitten im Tunnel oder so, ne? Ne, ne Ich bin ja runtergefallen Und das hat mich runtergekickt Aber ich weiß ja Ich habe ja durch den Weg, durch den Festungsweg, habe ich ja Zumindest eine Ahnung, wo das ist Hm Warte mal, das muss hier irgendwo sein Da unten ist es auch schon Dass ich Ja, ich hatte Erfahrungspunkt 28 Stück Oh mein Gott, habe ich einen Hunger Oh, das geht gar nicht mehr Eisenrüstung, viele Sachen sind natürlich in eine Lava reingefallen Oh Die brennen Bäume, weil hier Lava ist an der Oberfläche Okay Okay Meine halbe Rüstung fehlt Ey Leute Wir sind bald zuhause Hey 1400 sind wir jetzt 1455 Freut euch mich für ihn Bald zuhause Okay Einiges weg Das fehlt das nicht mehr Zum Glück Dankeschön Gast Ich hasse dich Haha Nee Ich find's witzig Nein, ich nicht aber nicht Nee Zum Kotzen Naja Nee Nee Ich hab nur 5 Level wiederbekommen Oh Nicht wahr Na mach duf duf Müssen wir aber gar nicht leiden, ich geh mal kurz schlafen War mir natürlich klar, dass es dir nicht leid tut Ja Hast du eigentlich schon ein Schwert verzaubert mit Level 30? Ja Hab ich noch nicht Ich hab grad noch keine Level 30 Nein, meine ganzen Steaks sind ja weg Ohhhh Egal, ich hab genug Essen Ohhhh Kein lang muss ich Ist mal blöd, wenn du anders aufs Bett aussteigst und du weißt nicht mal wo lang du machst Naja Mach du dafür ne Fackel hin? Nö Nein, ich muss ja nur gucken wo die Sonne grad aufgeht Naja gut, du gehst ja mal in Richtung Sonnen Hm Ja, ich bin ja so untergegenden Sonnenabkauen Wie ein Sumpf Wie geht Aber Wasser Dann fahren wir mal ein bisschen übers Wasser also das war ja irgendwie dass man einmal gegen die seerose fahren kann und beim zweiten oder so geht das boot kaputt doch das haben die gern hat gehabt jetzt trotzdem ist das komisch das beiden wegen der seerose ein boot kaputt geht ja mein kopf sachen auf sie reisen stehen mein kopf logik das gleiche logik aber ich habe das gerade so schön um die umzufahren auch nur noch land ja ist klar ich war einmal gegen das bohr und gegen seerose was ist kaputt ha ha alles deine schuld hast du dich flash tust du nicht noch tue ich tue ich es wirklich so wo ist jetzt mein da ist mein 6 also weiß dass das jetzt die zehnte folge schon das die wir hintereinander aufnehmen nein doch da können wir noch machen wir haben noch ein knacks weg echt hast du musst arbeiten ich muss arbeiten ja ich muss gleich sieben tage wieder arbeiten dann ab montag und sehr froh wir tun das projekte beenden und es gibt ja manche leute die machen es halt nicht die nach zwei von schüler auf weil die alles aber wir nennen ja keine namen und fangen schon wieder was neues an ja wir nennen aber keine namen das wäre unnötig was wir grüßen dich ja weiß was ich gerade gefunden habe jetzt mein späne stall mein schweinestall den ich unterwegs doch gemacht habe um die schweine zu züchten es ist gerade angst habe gas kommt ballert mich runter weil ich hier über den lavasee bin und du stellst du ehrlich gesagt habe ich gerade angst um ja und dann hast du alles weg das wäre nicht schlimm und dann sag ich es wäre nicht schlimm wieso ich habe eh komm was bei hast du schon sowieso total verloren spring doch selbst runter nee wieso nicht warum sollte ich mal so ich lust habe dazu ne aus lust und laune ja vorher habe ich einen hunger es geht gerade gar nicht mehr komm also wie livehunger ne ja wirklichhunger kann so kommen doch aufnehmen wirklich ach stell ihn nicht an er kommen 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 oder wird so ein drückendes gefühl auf dem hagen ja kriegste gleich ja was ja zum glück zum glück wird gerade was fest gemacht wenn zwei schnitzel futtern oder lecker ist das jetzt richtig hier natürlich klar das war schon wieder knapp jedes mal kurz und die schlucht genau ein block davor bevor man runter fällt immer kurz davor angehalten da ist das jetzt richtig hier obwohl das muss ich jetzt als screenshot machen warum jetzt fange ich an zwischendurch screenshot zu machen aber ich weiß nicht mal welche folgen ich das gemacht habe das problem macht scheiß auf die wand an du machst einfach zu viele nicht wirklich viele gemacht kannst du ungefähr von zeitraffer merken ja wenn das gemacht hast ja müsste ich normalerweise in die folge reingucken kurz aber das ist auch blöd muss wirklich ganz in die folge reingucken aber ich nicht weiß welche minuten ich das gemacht habe naja christus schon in wen du mir ja auch ich bin gleich so weißt du das jetzt schön schafft dann heißt das nächste folge und habe ins was er denn da freuen oder ich mache jetzt noch nicht vor mir ist man bei enderperren sie auch level 30 kommen dass jemand hier spürt zu spürt verzaubern kann naja musst du nicht ist kein ziel wirklich du kannst mich ein arschloch recht nein er ist so gehässig zu mich zu mich zu mir auf jeden fall zu mir zu dich mich ne legt mich nicht so legt mich nicht so auch wieder zurück toll nicht mal spielen überleben die truhen die lasse ich mein komm ich bin schwer dass ich noch immer noch schnell 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 sich wirklich aber gleich wieder folgen in doch du anzuschauen und schon wieder drückt so endlich nach wie viel folgen vier oder drei doch kommt so ungefähr du bist ja hingelaufen ein bisschen weiter gelaufen genommen ja ja gut ich dachte jetzt nur mehr als zehn folgen hast aber auch langweil gehabt ja aber ich bin endlich zu hause jetzt hast du Sachen gefunden jetzt hat er mir das essen hingestellt und ich kriege ganz schön Hunger richtig hast du ja gerade reingekommen oder was ja haha hat mir gerade das essen eingestellt boah so ein Arsch du darfst jetzt noch nicht essen in einer Minute erst oh man das Essen ist das so geil das lecker genau erfährt aber du Penis bist logo Heee? 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 Warum bin ich denn ein Penis? Penis? Egal, ich hab nur Essen. 26. Ah! Ah, haben wir noch Zeit. Ah, ich hätte ja nicht warten können kurz. Ne, hätte er nicht. Ich weiß, hab ich schon gemerkt. Er hat's extra gemacht. Ich hab ihm angeschrieben. Ja. Du und ihn anstreben wieder. Weiß ich nicht. Imaginär. Ja, ja. Ja. Oh. Jo. Und die Folge ist euch zu Ende. Wir haben noch 15 Minuten. Danach nochmal 15 Minuten. Direkt hinterher. Und die Folge ist zu Ende. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.